Du möchtest es endlich schaffen, deine Ziele zu erreichen, aber dir fehlt die nötige Willensstärke? Als ehemaliger Welterhüter weiß ich genau, wo du ansetzen musst. Viele herausfordernde Situationen in meinem Leben haben meinen Willen geformt, der mich immer wieder gestärkt aufstehen lässt. Klar ist, es muss weitergehen. In meinem Kurs lernst du, wie du deine Willensstärke trainieren, gezielt einsetzen und Niederlagen als Chance zum Wachstum begreifen kannst. Ich teile mit dir meine persönlichen Tools, die mich zum Erfolg gebracht und den Umgang mit dem Scheitern gelehrt haben, damit auch du deine Träume in die Tat umsetzen kannst. Mein Name ist Oliver Kahn und ich begrüße dich bei Meet Your Master.